Musst du mal aufs Klo? Das Klo ist im Massenscheißhaus Zieh'n Kopf ein! Es fliegt! Die Stürme vor! Okay, los geht's! Das war super 4-N-Rolle! Hab ich auch! Da können wir fernspähen! Das ist ein Witz, das Ding muss ich doch auch auf! Ach so, auf der Knarre? Ja, doch! Das ist der kleine Aufsatz hier! Hä? Das sieht doch gar nicht! Wie ist das? Ach so? Ne! Oder ist das das? Ich seh' nichts! Ja, das ist 5! Ah! Jetzt habe ich mal dieses Pferde für das Gewehr! Aber sehr fern! So einen halben Meter, ja! Das ist ein Kassel! Das ist ein Kassel! Das ist cool! Da ballern sie schon wieder! Da ballern sie schon wieder! Das ist ein Massen-Scheiß-Haus! Haha! So, ja! Gegenüber saßen sie sich! Die Burschen! So, wohin jetzt? Der ist ganz weit weg! Ja! Auf uns geschossen, ne? Ja! Ja! No risk, no fun! Ja! Wolle vielleicht! Nein, warte! Der da hinten! Das ist wieder schlechter, glaube ich! Ja! Da laufen wieder schlechter! Ah! Hier hinten ist noch einer! Komm! Ich meine dich! Ach so! Günther, lass das nach! Scheiße! Hau dir denn früher mal dazu! Da glaubt der mir nicht! Nein, nein! Weil der umsinn schlägt, der Christ! Kann die Jungs nur mal dazu! Wenn ich dir das sage, kannst du mir das ruhig glauben, oder weißt du das? oder weißt du das? Wenn ich dir die Vorzeit und dann richtig mit all den Becken dann mal das eben! Wie ein Brötopf! Kann er danach gefragt, ob ich schüsseln das Ganze so oder nicht! Da liegt schon so ein Dreckspferd! Ich meine, eigentlich tun sie mir ja leid, die Keulen, aber die machen immer einen Lärm! Meine Mutter machen Lärm! Deine Mutter hat Lärm zwischen Behen, Junge! Jetzt stelle ich mir die Frage, woher tut das fest? Lären sie Musikbox! Oh ja, es ist ja schon! Oho! Ey, eine Kasse! Ey, wir machen heute Schottermeiner! Gustl! Warte, ich komm! Gustl, Beidraumer! Wo bist du? Ach, da! Du hast schon abgegriffen! Hier, komm nicht! Hier hinten! Bist du! Hier! Hier! Zurück! 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 Der Hütte! Hier! Da! Ne! Bist du auf dem Klo? Ne! Habst du schon! Oh, da schießen sie welche in der Hütte rum! Äh, mir ist das jetzt zuerst! Nein! Aber ich wollte es ja bloß nochmal sagen! Mach mal das Klo zu, es stinkt! Los, rein da! Was ist hinter dir, Zombie? Hinter dir! Ja! Ja! Genach! Da! Wir sind dringend! Dann bin doch die Tür ja dringend! Wo kam der? Dann bin ich jetzt nicht aus. Ey, was ist da los? Ich hatte es gerade aus dem Spiel rausgekommen. Oh, fuck. Wir sind über uns. Ah! Ich habe mir das Ding selbst auf den Wands geschmissen. Was für eine Aussage, Alter. Aber die Treppe ist erst mal sicher, solange es da brennt. Da kommt er nicht runter. So, warte, jetzt versuche ich es nochmal mit Dynamit. Nee! Warte, Künder, warte, bleib unten. Das überliebst du dich? Nee, weg. Zieh den Kopf ein. Es fliegt. Ich stürme vor. Ich sehe mich nass. Hör auf. Ich hab ihn. Ersten. Ja. Du bist der zweite. Das war bloß einer. Was? Du bist der zweite. Shit. Du bist der zweite. Du bist der zweite. Du bist der zweite. Du bist der zweite. Äh, gib mir auf. Jetzt hat er mich erwischt. Er hat mir eine Haftbombe angeheftet. Angehängt. Schade. Mhm.